Hallo, ich heiße Silvia und ich komme aus Italien. Ich bin 1997 geboren und bin in Deutschland seit 2016. Ich besuche Kunstgeschichte in der Uni Heidelberg. Aus diesem Grund habe ich mit mir eine Postkarte genommen. Hier kann man eine Darstellung einer Meerlandschaft beobachten. Diese Gemälde ist ein Teil von mir, von meiner Geschichte, von meiner Leidenschaft für die Kunst. Aber ich habe auch mit mir eine Muschel genommen. Sie ist mit dem Meer verbunden und durch die kann ich deine Geschichte hören. Wenn du Lust hast, schick mir einfach eine E-Mail. Ich warte auf dich. Das bleibt toll. Ciao. Brewoft – das war die